ARD Text im Auftrag des ZDF Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Tu ci ascolti, però quanto capirai? Lui è il gatto, è di una madre, stiamo in società Wow, Luca, das kann man ja nicht mit ansehen. Äh, kommst du? Wir kommen nicht mal in die Nähe der Oberfläche, verstanden? Alles Gute kommt von oben. Laufen, Luft, der Himmel, Wolken, die Sonne. Wow, du darfst nicht hinsehen. War ein Witz, du musst sogar hinsehen. Warst du schon mal im Menschendorf? Klar, ich bin eine Art Experte. Wow, ciao, ciao! Hey, kick zu mir! Da hat er aber jemand Glück. Hey, lass ihn in Ruhe! Rauf mit euch. Macht einen Club auf! Für Loser! Mein Name ist Giulia Marcovaldo. Wir Außenseiter müssen zusammenhalten. Was ist an der Außenseite? Das ist mein Papa! Was bringt der damit wohl um? Alles, was schwingt. Dann leben wir so viel cooler als neins. Man denkt so oft, dass man etwas nicht kann. Aber man muss es einfach nur versuchen. Ihr seid nur kleine Fische. Das ist zu gefährlich! Sie werden uns sehen! Dein Problem? Du hast einen Bruno unter dem Schädel. Einen Bruno. Sag Silencio Bruno! Silencio Bruno! Lauter! Silencio Bruno! Silencio Bruno! Silencio Bruno! Silencio Bruno! Silencio Bruno! Kannst du ihn noch hören? Nein, nur noch dich! Gut! Jetzt halt dich fest! Silencio Bruno! Was stimmt nicht mit dir, Stupido? Du bist dran! Sag den Satz! Was stimmt nicht mit dir, Stupido? Oh! Ah! thinks der Titel-Burg. Wir sehen uns beim nächsten Mal! Ich Tippe! No, ich bin aber ganz wichtig! Aber es ist eine große Stelung! La Abstrainas und sehen uns beim nächsten Mal! Bist du jetzt auch auf der Flasche! Auf der fib zum nächsten Mal! Tja!